Mein Vater hat sogar vor einigen Jahren Selbstmord begangen, aus Angst vor dem Zahnarzt. So ein absurdes Klingen. Marc, er hat die Wahl gehabt, er war schon 75, er hat letztlich ein schönes Leben gehabt, ohne jemals im Spital gewesen zu sein, also das blieb ihm erspart. Aber er wusste, jetzt wird es scheiße, weil Kiefer aufstemmen etc. Immer schon furchtbare Angst gehabt vor Zahnarzt. Und da hat er sich freiwillig entschieden, lieber aus dem Leben zu gehen, als das über sich ergehen zu lassen.